Das Ganze macht dann insgesamt 4,96 Dollar. Dankeschön. Warte, ich packe ihn noch. Ein Würstchen in den Slushie. Hier. Nein. Oh Gott, es tut mir leid. Heute eröffnen wir unseren eigenen Lebensmittelladen. Herzlich willkommen zurück bei Job Simulator. Los geht's. Hallo. 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 Ist aber schick. 99 Cent für ein Slushie? Das ist ja fast geschenkt. Oh. Oh ja. Oh ja. Ja. Oh, warte. Doppelt, Alter. Doppelt. So. Oh. Dann machen wir jetzt uns mal an die Arbeit. Wir können hier nicht die ganze Zeit... Na, komm, kleiner Schock. So. Next. Ja. Ich dachte kurzzeitig... Dachte ich, dass er irgendwas von Aufräumen gesagt hat. So habe ich mir das hier aber nicht vorgestellt. Der Senf kostet 4 Euro? Oder Dollar? Ähm. Ach, da. Hä? Hallo. Das ist alles deine Schuld. Der geht nicht an. Hier, nimm auch den Ketchup. Oh, jetzt. Ach, da kommt der Erste. Hier ist dein erstes Künstler. Oh. Guten Tag, Sir. Herzlich willkommen bei Pedisles Superwunderparad... Good afternoon, Human. Hi. I would like to purchase these. Chips. 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 Oh. Sicher, dass Sie die haben möchten? Ich kann Ihnen auch noch was anderes anbieten. Wollen Sie nicht auch noch hot and steamy Gadgets? Scheinbar nicht. Okay. Aber kann ich sie vielleicht... Für eine Uhr begeistern? Scheinbar nicht. Meine Uhr ist weg. Oh, sie ist auf den Boden gefallen. Scheiße, egal. So, guten Tag. Ja, Sie hätten ganz gerne... Bip, bip. Ja. Habe ich gemacht. Und jetzt einfach hier rein. 99 Cent! Bitte sehr. Oh, Hot Dogs! Ach, hier. Oh. Ein Burrito. Und hier sind die Würstchen. Wie viel denn? Ja. Mal gucken, ob das klappt. Ah! Oh. Sorry, der ist verbrannt. Warten Sie. Und am Bein durch. Und dann... Nein! Oh. Hier ist eine Wand. Entschuldigung, Sie wollten Würstchen. Bitte sehr. So. Das mal wieder zu. Hier, Ihr Würstchen. Ach, ich... Ach, ein Brot. Oh Gott, die Wür... Ach, nein! Warten Sie kurz mit den Würstchen. Hä, das ist falsch? Merch? Hä, wo habe ich denn die Brötchen? Aber das sind doch Burritos. Ach, die sind da unten. So, warten Sie. Acceptable? Nimm das! Ha! Von wegen Acceptable. Das war ein super Dinger. Oh. Oh. Thanks a bunch. Tschüss. Ach so. Zack. Alright. Here's your paper currency. Dankeschön. Ja, und jetzt? Oh, was ist das denn? Was willst du? Willst du, dass ich mich ausziehe? Bitte? Nicht? Ich habe das Geld doch da rein... Ach, das Geld ist daneben! Hä? Ja, deshalb warten Sie hier. Hier. Wo soll ich das denn hin? Du hast gar keine Arme! Wo soll ich denn das Wechselgeld hin tun? Many thanks! Have a profitable day! Tschüss! Besuchen Sie mich bei... Empfehlen Sie mich weiter! Nette Dame. Nächster Kunde. Zack! Hallo, Sir! Kommen Sie nach vorne. Was kann ich für Sie tun, Sir? Oh ja. Ausgezeichnete Wahl. Das sind... Schmeckt nach Wissenschaft. Das ist eine sehr, sehr gute Wahl, Sir. Oh Gott! Ich wollte ihn nicht anknabbern. Es tut mir leid, Sir. Aber das ist immer noch gut. Kann ich Sie... für eine leckere Wurst begeistern? Im ersten Moment sehen Sie so aus... als wären Sie verbrannt. Aber... das ist Aroma. Oh! Nuts and bolts, Sir! Da steht scheinbar jemand... auf ein paar leckere Nüsse, ne? Zack! Bitte sehr. Bitte sehr, Sir. I'll take one of those frozen slushy delights. Oh! N' Slushy? Wo? Ich hab... Es tut mir leid, Sir. Ich wollte ihn in ihren Monop... Oh Gott! Ticke, du hast mich voll erschreckt. Komm mal her. Komm mal her. Lass dich umarmen. Du willst es doch auch. Ja, ui, ui... Ach, hier! Slushy! Warten Sie kurz, Sir. Oh! Alter, geil! Oh, ich mach beide an, Alter. Ich misch die beiden! War doch nicht so lecker. Ich weiß, glaub ich, weshalb die 99 Cent... Welche Geschmacksrichtung hätten Sie denn gerne? Wir haben hier einmal Batteriesäure blau und Thermale Paste pink. Ich mach ihn erst mal blau. Ich mach ihn so ein Mischi-Maschi. So, warte. Zack. Bitte sehr. Jumbo? Was ist denn mit Jumbo? Was ist das? Scheiße. Hier ist was im Weg. Oh, I love the taste of sugar. Hier. Das Ganze macht dann insgesamt 4,96 Dollar. Dankeschön. Warte, ich pack ihn noch. Ein Würstchen in den Slushy. Hä? Hier. Nein. Oh Gott! Oh! Es tut mir leid! Alles gut? Es tut mir wirklich... Ich wollte dein... Nicht traurig sein. Ich wollte deinen Slushy. Komm her. Komm her. Alles gut. Alles wieder gut. Ja. So ein Trottel. Patz! Oh, hallo. Na? Ich nehme eine Papier-Kopie von gesterns News. Wir beide sind hier ganz alleine im Laden, ne? Uns beobachtet niemand. Warte ganz kurz. So. Ich habe das Ganze kurz weggedreht. Also, ich kann dir meine Telefonnummer geben. Warte. Ruf mich an. Oh Gott! Oh Gott! Es tut mir leid! Ich habe nicht... Ich wollte dir nur was auf den Kopf legen. Es... Hier. Nimm... Nimm... Ich weiß nicht, was das ist. Oh ja. Oh ja. So. Sie wollten eine Zeitung haben. Tumala. Ich war kurz abgelenkt. Hier. Oh Gott. Ich habe irgendwas gerade... Zack. Bitte sehr. Oh! Oh Gott! Was willst du? Was ist das hier? Property of Jobs. Ne. Ich will... Ich will das nicht beenden. Nein! Nein! Ich will das zu! Wieso will denn das? Das ist... Lottery Ticket. Ey. Das? Und bitte sehr. Ja? Ja? Natürlich mache ich das. Ja, warte. Hä? Wie viele soll ich denn davon aufrubbeln? Hä? Habe ich da zwei reingeworfen? Doch! Das ist hier ein Gewinner! Sie haben gewonnen! Zack! Oh Gott! Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, danke. Ja, du auch! Und vergiss... Vergiss mich nicht! Okay. Zick. Komm, jetzt musst du mal so eine smarte Maid. Scheiße. Hey! Was? Nimm dein blödes Handy aus der Hand, wenn du mit mir redest. So. Hot Dogs. So. Digga, was ist denn bei dir? Kannst du mal aufhören, mich zu beleidigen? Denkst du denn, wer du bist? Nur weil ich hier in so einem Laden arbeite, denkst du, dass du was Besseres bist als ich, oder was? Komm doch her! Ja, das kostet dich, Alter! Jetzt bist du schon bei 30 Dollar! So, jetzt gib mir meine Kohle. 30 Dollar. So, mach, dass du wegkommst. Der war ein richtiges Arschloch. Ich bin immer nett. Ach, guck mal! Vater mit seinem Sohn. Guten Tag! Ach, nee. Bin ich ein Affe, oder so? Wieso gibst du mir eine Banane? Entschuldigen Sie. Oh. Ja, ja. Oh. Ja, das mache ich später weg. Was hätten Sie denn gerne? Ach so! Ihr wolltet die Banane kaufen! Tut mir leid! Ich dachte, die wäre für mich. Jetzt bleibst du hier für eine Minute, dear. Mommy needs to use the little box room. Hallo? Was ist denn mit dir los? Was willst du? Zucker, ja, ja, ganz ruhig. Hier, warte, warte, warte. Oh Gott. Da. Nimm so ein Eis. Hier. Bitte sehr. Hier. Da, dreimal, ja. So. Hier nochmal. Hier, bitte. Ja, ja. Ja, bitte. Böser Computer-Dämon aus der Hölle. Ich habe nicht... Ja, ich bin, ich bin bereit. Ich habe gar nichts gemacht. Das war's mit der heutigen Folge von Job Simulator zusammen mit Virtual Reality-Pedizel. Wenn ihr Bock habt auf mehr Virtual Reality-Videos, beziehungsweise mehr Job Simulator-Videos, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao!